Und hier Meister, jaulst du auch oder eher nicht so? Guck mich an, wenn ich mit dir rede! Aha, du kannst ja gucken, das ist ja unglaublich! Ich könnte jetzt hergehen und ein Revival auf Gronkh machen, so mit Mietze, Mautze, aber das wäre nicht ich, das wäre eine billige Kopie und das will ja niemand. Ach, weißt du, was wir jetzt machen? Gar nichts! Hier ist Mauer. Die Mauer muss weg, nein, muss sie nicht! Aber hier haben wir auf jeden Fall schön fett Panoramafenster, kannst du so rauskicken, weißt du? So, für den Anfang reicht das doch schon. Aber nur für den Anfang. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was reißen, wenn man hier so eine... Ne, das sieht noch nichts aus. Sieht so vielleicht besser aus. Vielleicht. Nein, das ist ja toll! Ich bin so lecker. Aber es ist ja auch was. Ich bin jetzt hier noch geblieben. Ich bin so lecker hier. Du kannst das! Ich bin so lecker, aber eigentlich ist ja schon so zu. Du hast doch nur einen Traut in diesem Land. Du hast doch nicht alle, dass du so leckerst! Ich bin so lecker, so lecker. Auf N. Also N wie N halt. Burst into the flower. Ich vermute mal, es soll Neid heißen, aber es passt wohl nicht mehr ganz auf die Titelanzeige. Was ich jetzt aber prinzipiell nicht als schlimm ansehe. Natürlich. Natürlich. Mit den Äxten will ich doch hier mal eher vorsichtig sein. Das wird ja schon wieder dunkel. Ich habe so einen Eindruck, hier in Minecraft ist es ewig Nacht. Die ewige Nacht bricht herein. Ah, das ist auch schon alt. Das hatten wir jetzt auch schon sehr häufig. Das sieht doch schon mal gut aus. Die ewige Nacht bricht herein. So. Moment mal, das waren doch 36. Sehe ich das richtig? Die ewige Nacht bricht herein. Guck, hast du keine Augen im Kopf? So. So. Immer schön an den Ecken, an den Außenecken. Kann man hier mal hier so ein bisschen mal verzieren. Wupp. Bei der Gelegenheit hier gerade mal so ein bisschen. Es tut mir leid, lieber Probenbaum. Probenbaum. So, weg ist er. Liebes Probenbaum, tut mir leid, aber muss ich dich abmachen. Ich teste du sonst nur im Weg. Hopp, hopp, ey, 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 ding. So, dann hätten wir hier noch. Ey, 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 ey. So. R.D. Die legen wir dann hier so ein bisschen dazwischen. Hi. Ha. Pöng, pöng, pöng. So. Ha, das Skelett ist erledigt. Das macht's keinen Monat mehr. Jetzt kommen aber hier nicht mehr durch. Nein. Nein. Dann müssen wir das leider so machen. Pöp, 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 pöp. Pöp, 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 p Da könnt ich alles rosten. Da könnt ich total merkwürdig werden. Möp, 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 möp. Zip. Und fertig. Slavenzeit. Ach, was ist denn hier los? Das Kissen voller Katzenhaare. Hör mal, das geht nicht. Was machst denn du hier? Hast du Rum oder was? So. Erfolgreich die Katze zur Sau gemacht. Oh. Setzling. Cool. So, pflanzen wir sie da hin. Oh, Setzling. So, pflanzen wir sie da hin. So. Dann sieht das alles wieder ein bisschen freundlicher aus. Föp. Wunderstöne. Jetzt gehen wir uns mal ein bisschen mit Beleuchtung segnen. Wupp. Muss ja nicht sein, dass sie direkt am Haus angespawnt kommen. Dann machen wir das mal so rum. Und so rum. Dazu ein Schuss Curry. Alter Otto-Walkes-Gag. Man freut sich doch immer wieder, wenn man die alten Schinken auspacken kann. Hallo, Uzzelot. Ich habe leider nicht mehr genügend Fische. Die sind so frisch, dass sie fast noch aus der Vateropsen. Dann stellen wir hier ein Fäckchen auf. Hier ein Fäckchen auf. Und weil es doch schön ist, stellen wir... Ah gut. Hier vorn vielleicht noch eins auf. Auch hier stellen wir noch eins hin. Hier stellen wir noch eins hin. Und hier stellen wir noch eins hin. Föp. 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 Und dann haben wir hier vorne noch eine. Und das reicht dann auch erst mal für den Anfang. So. Jaha. Dass ich immer das Bett markiere, wenn ich einen Rechtsklick mache, um mir eine Kartoffel in den Hals zu schmeißen, ist schon schwierig. Ach, Quatsch, was bin ich denn? Ähm, was ich in jedem Falle noch machen wollte, ist eine Korrektur. Das Überraschungsding. Da müssen wir uns nämlich mal noch ganz schlink was basteln. Das machen wir aber zu Hause. Das ist nicht wunderschön. Ich könnte heulen. So schön. Knöpfchen. Knöpfchen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tipptand. Tschüss. 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 Langs. Danke. Hinein! So, jetzt räumen wir erstmal das Inventar wieder frei. Da ist ja jetzt mittlerweile genug angekommen. Da hätten wir jetzt Holz, Natur und die entsprechenden Gegenstände. 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 Holz, Natur. Da hätten wir noch Erde. Und zwar ohne Ende. Dazu ein Koppelstone. Da war doch noch ein Bögen. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Dann fügen wir die zusammen. Und schon haben wir einen Unbeschädigten. Das ist doch... Das ist doch wunderschön. Glas und Scheiben. Glas und Scheiben. Ziegelstände. Dann haben wir... Die Monster Bonbons. Alias Monster Drops. Und da geht auch heute in dieser Aufnahme wieder das Telefon. Es ist doch ein Traum. Da machen wir doch ganz kurz mal den Stummen. Und da machen wir das Stumme wieder an. Da ist das Telefon auch schon platt. Es ist ein Traum. Also momentan habe ich den Aufnahmefluch der Telefonklingelei. Im Moment ist es so. Immer wenn ich aufnehme, klingelt ein Telefon. Irgendeins klingelt immer. Telefon. Telefon. Mein Telefon. Es klingelt in der Aufnahme drin. Aus Telefon. Aus Telefon. Aus Telefon. Es klingelt in der Aufnahme drin. Oder so ähnlich. Trotz Telefonklingeln Wachsen die Bäume in die Höhen Bis auf die Eichen Und die Berge Die brauchen etwas länger Ich bin voll of Beat Nicht zu verwechseln mit Voll of Speed Und